herzlich willkommen meine lieben freunde herzlich willkommen zu der folge 366 minecraft wir sind ja immer noch dabei hier den weg nach ufotopia uns frei zu krabbeln hier so gibt es irgendwelche guck mal da haben wir schon wieder eine höhle oder was hier waren wir schon mal oder weiß nicht so wollen wir hier noch eine kleine fackel reinbauen so sehr schön so mann 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 jetzt wir könnten wir bald schon wieder mal nether portal bauen oder wie habe ich eigentlich ein kompass dabei achtet funktioniert ja hier nicht wie weit sind wie viel blöcke haben wir denn jetzt hier schon ist ja unglaublich viel wir fahren ein stück zurück soll ja hier der nether die nether abkürzung werden im prinzip jo meine leute diese woche wieder minecraft hier der upload plane der upload plane ist ja ein bisschen abgespeckt worden steig mal aus jetzt und nein warte mal bitte lore warte mal lore warte mal der ist ein bisschen abgespeckt worden weil ich habe mich hier wirklich ein bisschen übernommen so viele let's plays wie ich hier bringen wollte schaffe ich ja gar nicht und hatte mal wo sie sind weil jetzt lass mich mal kurz konzentration konzentration wir sind jetzt hier auf der ok x 400 so und wenn wir jetzt gehen was war das noch mal immer so mal kurz zurück arm ist wie mache ich rechne ich das jetzt aus also hier waren ja so das muss ich hier blöcke haben keine ahnung noch mal zurück also mit der rechnerei habe ich auch mal gar kein bock drauf hier mit 380 480 auf der x und jetzt latschen war mir hier runter dann haben wir dann 80 blöcke und das ganze mal acht werden ja schon wieder fast 1000 ja wenn wir jetzt hier wieder ein portal bauen dann sind es ist in der oberwelt sind es wieder tausend weiter da guck mal sind schon 100 oder kommen aber ganz schön weit könnte man hier schon wieder fast vielleicht ein testportal bauen lassen das ist wieder auf der seite hier bauen oder wollen wir es diesmal auf der seite wir hoffen dass hier kein laber ist dann geht das schon auch meine spitzhack ist kaputt habe ich noch eine dabei wo die gute die dann nehmen wir mal nicht so die gute dann nehmen wir mal die alte hier ja und dann probieren wir mal hier uns noch noch ein portalchen reinzubauen kann natürlich sein dass wir jetzt gar nicht mehr so viel obsidian haben weiß ich nicht so das müsste eigentlich reichen hier für ein portal gute könnten nach oben noch mal ein paar weg nehmen in der hoffnung dass wir nicht ertränkt werden von lavalo lavali lavali so so ja portal schön und gut dafür braucht man aber auch bis da ja war dafür braucht man ja obsidian und ob ich jetzt obsidian in der truhe da habe frage ich mich nach feuerzeug so mit diesem mal müssen wir mal rechtzeitig abspringen damit die lore nicht zu weit fährt so jetzt so haben wir hier noch obsidian drin ne haben wir nicht aber ein feuerzeug haben wir da drin das können wir ja mitnehmen wir können ja auch haben wir feuer steigern ja auch unser neues feuerzeug kräften kräften uns mal neues feuerzeug und dann gucken wir mal da müssen wir noch mal mit der naja naja ey wie geht ein feuerzeug so 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 da müssen wir nochmal schnell zurückfahren gucken ob wir obsidian haben wie viel braucht man nochmal brauchen 4 in der höhe brauchen wir 1 2 3 4 5 4 mal 5 4 mal 5 sind 20 theoretisch 20 blöcke dann will ich mal stark hoffen dass ich ja vorne noch 20 blöcke am start habe wo so hier stoßen wir uns oh diesmal haben wir uns gar nicht in den kopf gestoßen scheinbar naja klar war klar 20 blöcke obsidian wo sollen die sein wo soll man die haben können wir mal alles rauspacken hier brauchen wir nicht so viel zeugens wir gehen mal raus wahrscheinlich ist es wieder dunkel wenn wir oben auch ankommen so war jetzt immer so in letzter zeit ja war doch klar war doch klar ein Bett habe ich natürlich dabei clevererweise so machen wir mal schnell ein Nickerchen dann hoffe ich mal ganz stark dass ich hier noch obsidianvorräte habe unten in meinem Hafenlager sozusagen wenn wir da noch ganz auf die schnelle mal ein Retterportal bauen können zwei obsidian das ist ja viel zu wenig zwei obsidian komme ich ja nicht weit nein ich brauche obsidian oh nein ich brauche obsidian oh Mist Wassereimer haben wir eigentlich alles dabei war da müssen wir mal runter hier haben wir ja so eine Mine mal gucken dass wir da mal runter klubschen ob wir da ein bisschen obsidian bekommen hier die ist ganz gut dafür la 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 vielleicht finden wir sogar noch ein paar Diamanten auf dem Weg wir werden mal vorsichtshalber ein bisschen was essen eigentlich wenn wir clever werden würden wir die 28 xp's hier nochmal verwenden hier muss doch irgendwo obsidian sein mal weiter runter am besten hier lang genau hier ist aber nichts mehr doch oh guck mal hier ist eine Höhle wo ich noch nicht war oder was ei 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 dann nach obsidian sieht es mir hier nicht grade aus Guck mal die Kohle nehmen wir doch gleich mal mit kann ich schaden na guck schon achso hier noch ok so ja der Uploadplane hat sich geändert es sind jetzt nicht mehr drei oh ne es sind jetzt nicht mehr drei Videos am Tag sondern eher so in Richtung 2 so wird es wahrscheinlich auch bleiben, weil 3 war mir jetzt ein bisschen zu viel, wie ich ja schon erwähnt habe, ich hatte mich ein bisschen verschätzt. Leider, leider, leider kann ich nicht alle Spiele präsentieren, die ich gerne präsentieren würde. Nehmen wir mal hier, ich muss mir da irgendwie eine andere Lösung einfallen lassen. Ich kann auch nicht so bei Spielen, die jetzt so geil sind wie Crafts the World oder Banished, muss ich auch auf ein Klavik. Man könnte mit Banished auch 200 Folgen machen oder mit Crafts the World, aber dann vergehen so die Jahre und man will auch noch andere Spiele vorstellen, seinen lieben Zuschauern. Da muss ich mal gucken, wie ich das in Zukunft händle. Guck mal, hier muss ich doch, so war das doch, da muss ich hier im Prinzip hier Wasser rein kommen. Oh. So. Wenn ich jetzt hier raushaue, Jetzt habe ich mal fließendes Wasser, doch kann ich noch einsammeln. Ah, das da drunter nur Lava ist, gefällt mir ja nun gar nicht. Mist. Oder ist es vielleicht hier? Machen wir mal so. Da ist auch wieder Lava drin. Hm. Weil wenn mir die hier alle wegbrennen, kann ich hier ja gar nicht einsammeln. Ist ja doof. So. Ach, so ein Mist. Den müssten wir eigentlich noch mitnehmen können, oder? Ist da auch schon wieder Lava drin? Wenn wir wirklich 20 Obsidianen brauchen für ein Portal, ist ja auch heftig, ey. So. Ja, wir bauen jetzt ein weiteres Testportal, in der Hoffnung, dass wir dann schon, vielleicht sollten wir dann auch, wenn wir wirklich jetzt noch ein Stück näher dran sind an Ufotopia, würde ich mal sagen, dass wir dann aufhören und vielleicht den Rest mit einem Pferd machen. Oh, da muss ich mir, nee, Sattel hätte ich glaube ich mitgenommen. Und wir können uns ja vielleicht den Rest mit einem Pferd machen. Na, geht das? Oh ja. Na. So. Gut, dann nehmen wir dich noch mit. Jawoll. Den hier, ob wir den noch kriegen, oder ist da wieder Lava? Bestimmt ist da Lava. Aber, ja, muss ich doch. Na ja. Ob wir den noch kriegen? Kein Sinn, macht keinen Sinn. Der kommt immer wieder neue Lava. Vielleicht so eine Art Obsidianfabrik. Warte mal. Lass ich jetzt mal kurz löschen. Oh, mein Wasser ist weg. Gut, dann hat sich das ja erst mal erledigt. Für Obsidian habe ich den jetzt eingesammelt. 14. Ich glaube ich nicht, wa? Ah doch, warte mal. Wir haben, wenn wir vier unten in der Breite haben und fünf in der Höhe, haben wir dazwischen nur drei. Also eigentlich drei mal vier, wa? Vier oben, vier unten sind acht. Und dann drei links, drei rechts. Also nochmal sechs. Und vierzehn. Also brauche ich nicht zwanzig, sondern vierzehn für ein Portal. Das muss ja genau reichen. Ist natürlich doof, wenn wir jetzt völlig... Ach, guck mal. Was haben wir denn hier? Wasser? Äh, gibt's nochmal? Na gut, das Eisen möchte ich jetzt natürlich mitnehmen. Ist klar. Klar. Hier ist rechts. Hier waren wir also schon mal. Da geht's aber nochmal runter. Ach, guck mal hier. Was ist das nicht mitgenommen, letztes Mal? Sehr unvernünftig. Noch mehr Kohle. Eieiei, wir sind wahrscheinlich nur durchgerannt. Keine Zeit gehabt, alles mitzunehmen. So, ja, wir waren ja auch auf der Suche nach Diamanten. Fällt mir ein. Da hat man natürlich für so eine Lächerlichkeit hier keine Zeit. So, jaieiei, ja, ja. Oh, guck mal, hier oben ist ja auch noch eine versteckte Höhle. Hier ist aber mehr so, einfach nur so, um uns zu ärgern. Hier ist nichts. Okay, hier geht's wieder hoch. Hier waren wir auch schon. Kohle lassen wir mal da kurz liegen. Jetzt sind wir hier lang gegangen. Okay, hier ist Eisen, das müssen wir natürlich mitnehmen. So. Kann mich gar nicht mehr erinnern. So, hier runter, ja, 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 ja. Okay, da haben wir nochmal Lapis. Nehmen wir mit. Guck mal, hier müssen wir doch... Das ist doch hier eine gute Tiefe. Warte mal, warum sind... Ach, hier sind wir nicht weitergegangen. Da hat scheinbar die Zeit nicht mehr gereicht oder der Inventar war voll. Nö, da werden wir jetzt mal unabhängig von unserer Obsidian-Aktion, wenn wir jetzt mal kurzfristig hier was suchen. Gucken, ob wir hier ein bisschen was mitnehmen können. Jetzt kann man hier auch mit der Spitze kurz wegjubeln. So. Ah, ne, hier ist ja dann Schluss. Welche Ebene ist denn das? Die 13. Ah, okay. Lass uns doch mal hier runtergehen. Was soll's? Jetzt sind wir auf der 12. Okay. Wenn wir jetzt noch einen weiter runtergehen. Dann sind wir auf der 11. So, und hier könnten wir die Chance haben, Diamanten zu finden. Lass uns doch mal einen kurzen Streifenbohrung machen. Wenn wir schon mal hier unten sind, kommt ja wohl nicht so oft vor. Ein bisschen Lava könnten wir natürlich auch noch hier brauchen. Äh, ein bisschen Obsidian vielleicht noch. Aber hier könnten wir ja die Chance haben, Diamanten zu finden. Und das geht ja eigentlich ziemlich zügig hier mit der schönen Spitzhacke. So. Lampe. Und weiter geht's. Ganz gemütlich hier auf dem Montag. Mal ein bisschen Streifen in den Fels schlagen. Und wahrscheinlich werden wir gleich einen Diamanten finden. Ich bin da fest von überzeugt, dass wir da gleich einen haben werden. Jo, schnapp dir einen Diamanten von mir an. Du weißt Glück, du bist ein Glückspilz. Ja, da kommen gleich Diamanten. Definitiv. Definitiv. Kommen da gleich Diamanten. Da. Ja. Diamanten, 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 Diamanten. Gib sie uns. Gib uns die Diamanten. Boah, wo sind sie denn? Eisen. In so einer Tiefe Eisen. Ey, das ist ja total absurd. Hab ich hier schon mal an der Ölfe Eisen gefunden? Ja, unglaublich. Aber mitnehmen können wir das natürlich. Okay, das müssen wir auch mitnehmen. Warum jetzt hier keine Diamanten kommen? Ist natürlich ein bisschen komisch. Aber wir werden das gleich mal checken. So, hier kommt noch eine Lampe rein. Wie weit sind wir denn schon wieder? Schon wieder sehr weit. Sehr weit schon wieder. Hier vielleicht noch ein Stück geradeaus und dann werden wir uns mal zurückfräsen. Auf der anderen Seite. So. Na gut, Kohle, okay. Sind wir gar nicht in der richtigen Tiefe? Doch, sind wir auch auf der Ölfe. Ölfe ist doch immer gut. Ha ha, ha ha, ha ha, 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 ha. Ich glaube, ihr seht es auch, was ich da gefunden habe. Jetzt haben wir aber allerdings nur die Behutsamkeitsspitzhacke. Nützt uns ja nichts. Es sei denn, wir würden die jetzt aufheben, umso später mit einer Glücksspitzhacke... Oh, nochmal nachzuhauen. Aber du bist wie immer eine Glücksspitzhacke kriegen. Dafür gehen noch 300.000 Millionen Jahre. Was, zwei bloß? Oh Gott, wie schwach. Ach, schnell raus. Ich hoffe mal, dass wir die Diamanten hier eingesammelt haben. Dann kriegen wir das Gold wenigstens noch. Das war ja eine böse Falle, eben. Aber es ist mir schon oft aufgefallen, dass in der Nähe von Diamanten immer so eine kleinen... ...warte mal, jetzt müssen wir mal kurz... Jetzt gehen wir mal hier rein. So. Ja. Und schmeißen hier vielleicht mal kurz was weg. Etwas Gold da noch mitnehmen können. Die, 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 die... Ja, give me please the gold. Give me the gold, please. Sagen ja auch immer die Bankräuber. Give me the gold, please. Und jetzt hier, warte mal. Eins, zwei, drei. Hier sind wir jetzt wieder zurück. Jetzt fressen wir uns mal wieder zurück. Von mir aus auch drei hochgehen. Sowas kostet die Welt. Ja, zwei Diamanten, äh, ist ja jetzt ein bisschen wenig, wa? Hm. Kann man ja noch nicht mal eine Spitzhacke draus bauen. Na gut, wir werden uns aber erstmal zurückfräsen. Bisschen Obsidian haben wir ja. Das reicht jetzt gerade mal für ein Tor. Ist nicht so dolle. So. Und hier geht's weiter. So, zackidi-dack. Schlackel-di-bock. Rack-zack-raga-di-dack. Ja, immer weiter schön durchfräsen. Schön durchfräsen. Ja, Ufermann, schön durchfräsen. So. Gucken, wo wir dann da rauskommen. Auf der anderen Seite. Hier haben wir wieder Kohle. Okay, bringt uns nicht allzu viel. Aber, äh, okay, ich weiß. Wir müssen die mitnehmen. Das ist ja unsere Pflicht. Wir müssen unbedingt was verzaubern. Vielleicht ein Stück Rüstung. Ja, aber das Doofe ist halt... In der Eisenrüstung könnten wir doch verzaubern. Wir müssen doch nicht immer Diamantenzeug verzaubern. Wird doch nicht so verpflichtet. Warte mal, können wir hier eigentlich noch was rausschmeißen, damit wir die Steine einsammeln können? Wir haben doch da noch eine Blume bei gehabt. Die können wir doch wegschmeißen. Ist doch jetzt nicht so wichtig. Ah, ich liebe dieses Geräusch, wenn das Zeug eingesammelt wird. Aber was haben wir da wieder? Kohle? Da wird es schon wieder dunkel. So. Oh, die Spitzhacke, die nutzt sich ab wie nichts. Alter. Alter, nutzt die sich ab. Alter, nutzt die sich ab. Was nutzt die sich ab? Guck mal. Eisen, okay. Oh, neue Spiele. Ich warte ja zur Zeit auf die Osteraktion bei Steam. Ich bin da ganz vorbildlich. Reiß mich da total zusammen, mir keine Spiele zu kaufen. Oder nur so für drei Euro mal oder so. Weil meine Wunschliste ist so voll geballert. Da gibt es so ein paar Sachen, die sich auch wirklich, denke ich mal, so als Let's Play ganz interessant wären. Sich ereignen würden. So, haben wir jetzt hier was wir wegschmeißen können. Irgendwas. Spontan sehe ich ja da nichts. Doch, einmal Erde. Ha. Guck mal. Einmal Erde. Cool. Haben wir gleich wieder Platz. Hier werden wir mal gleich wieder eine Lampe einbauen. So. So, dann gucken wir mal da, was da bei dem rauskommt, wenn wir durch dieses Tor nach oben kommen. Und dann würde ich fast mal sagen, dass wir den Rest haben mit dem Pferd. Also ich will total gerne mittlerweile jetzt mal wieder nach Ufotopia. Ufotopia fehlt mir irgendwie total. Ich will dann mal was wieder bauen. Ein schönes, großes Haus oder so. Gut, zweimal netter Quarz. Brauchen wir jetzt nicht. Nehmen wir mal. Lassen wir mal hier. Ja, okay, dann können wir aber immer noch nicht. Was? 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 Warum kann ich das nicht einsammeln? Ah, Mist. Was haben wir noch jetzt mal wegschmeißen können? Eisen ist natürlich wichtiger. Guck mal, wir haben 34 Eisenerz können, aber das, was da ist, nicht einsammeln. Oder was? Was ist denn das? Warum können wir dich nicht einsammeln? Müssen wir dir erst ein bisschen Platz machen? Oder? Will er nicht? Was? Vielleicht bloß so ein Bug, hä? Vielleicht bloß ein Bug. Aber, ähm, 37 jetzt hat das gepackt. Was können wir denn hier noch rausschmeißen? Kohle? Nö, dann schmeißen wir mal lieber Pflasterstellen rein. Und nehmen dann dafür Redstone mit, würde ich mal so sagen. So, weiter geht's. Ein Stück noch. Ja, 366 Folgen, meine lieben Freunde. Ich finde das so cool. Also Minecraft, da mache ich das jetzt wirklich. Aber wenn ich mir das vorstelle, es gibt ja noch andere Spiele. Jetzt Planet Explorers kommt noch. Und blöderweise, ähm, sind die Spiele, die ich gut finde, immer so Spiele, die man so vielleicht 300 Folgen spielen könnte. Ah, guck mal, schon wieder Diamanten. Geil. Und wollen wir hoffen, dass es nicht nur zwei sind, sondern vielleicht sechs. Im Höchstfall kriegt man ja auch sechs, wenn man Glück hat. Oh, es ist scheinbar nur einer. Oh, nee, ey, ein Diamant, ey. Nee, da ist noch einer. Oh, noch einer. Ein bisschen Kohle, ne? Na gut, nehmen wir die Kohle noch mit. Red Stone haben wir auch noch ein bisschen Platz für. Ja. Ja, da unser Inventar ja nun schon wieder voll ist. Wir könnten natürlich das... Ach, guck mal, da ist noch ein Diamant. Haha. Oh, noch einer. Oh, ho, 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 ho. Cool, wie viel haben wir denn jetzt? Wir können auf jeden Fall wieder eine Schickimicki-Spitzhacke machen, wa? Oh, Entschuldigung. Das war jetzt ein kleiner Ausrutscher. Aber dafür muss ich jetzt auch noch einen Schluck Kaffee trinken. Wartet mal kurz. Dann hab ich ja in Durst. Hier vom Reden, wisst ihr, da wird... Aber wisst ihr ja schon, da wird der Mund der End mal ein bisschen trocken. Und da muss man ab und zu mal... Wieso kennt ihr ja an den Mund sich fusselig reden? Und da muss man auch... Guck mal, die schönen Steine. Und ich muss die alle hier lassen. Was für eine unglaubliche Verschwendung. Was für eine Verschwendung. So, hier nochmal ein bisschen schaufeln, oder was? Ich hab keinen Bock mehr. Ich geh jetzt wieder nach oben. Leider müssen wir den ganzen Rest hier lassen. Ich hab auch jetzt keinen Bock mehr, so weiterzugraben und das alles liegen zu lassen. Selbst wenn es nur Cobblestone ist, kennt ihr ja. Das tut einem immer so ein bisschen in der Seele weh. So, jetzt mal einen Schluck trinken. Gut, wir könnten natürlich jetzt auch einen Zaubertisch bauen, ganz spontan. So viele Steine wie wir haben, da müssen wir nicht jedes Mal zurückfahren. Aber ich würde mich mal, würde jetzt mal ein bisschen den Ball flach halten. Solange wir hier noch klarkommen. Hier geht's, glaube ich, raus, oder? Aua. Instinktiv. Fackel links. Dann kommt man schon raus, oder? Das war doch immer so. Guck mal, da oben war man noch gar nicht. Was ist denn das hier überhaupt? Waren wir hier schon mal? Ne. Ah, Creeper-Alarm. Oh. Hey. Komm, wir werden mal kurz die Dinger hier, die... Oh, da kommt noch einer. Die Fackel mal abschlagen, nicht, dass wir nachher denken, wir waren hier schon mal. So, hier geht's wieder raus. Da kommt wahrscheinlich dieses Vieh hier hinterher. Mein Diamantschwert ist mittlerweile auch schon sehr abgenutzt. Hier durch, okay. Wie lange die Fackeln links sind, werden wir ja wohl nicht so falsch sein. Da sind sie rechts, okay. Wobei es da nach oben geht, was? Hier sind sie wieder rechts. Ich glaube, es ging hier hoch, oder? War das so? Hier geht's doch Vieh hoch. Vieh. Hier sind sie aber wieder rechts. Da sind sie links. Hm. Lass mich doch mal hier hoch. Hier geht's doch bestimmt raus. Hier sind sie wieder rechts. Ah, hier ist... Kann ich mich erinnern. Jetzt kann ich mich wieder erinnern hier. Da... Das war aber, glaube ich... Gut, da gibt's ja natürlich auch noch Obsidian, war, oder? Gibt's da noch Obsidian? Haben wir da noch? Ne, nicht wirklich, ja. Gut, da würde ich ganz gerne hier hinten nochmal gucken kurz, was hier noch ist. Geht's hier noch irgendwo rein? Okay. Was hier? Noch eine Höhle, wo wir noch nicht waren. Okay. Die gilt relativ tief runter. Und dann im Diamant. Gut, da muss ich mal kurz gucken, was das hier ist. Würde mich ja mal interessieren. Das ist eine unglaubliche Monsterhöhle. Hier, wisst ihr, das werden wir mal kurz wieder... Ich weiß nicht, dass wir nachher denken, wir waren da schon mal. So. Können wir später nochmal hingehen. So, ich will jetzt raus. Jetzt reicht's mir. Ich will jetzt hier raus. So, hier durch und dann hier hoch, okay. Können wir da hoch? Nein. Oh. Ah, jetzt werde ich aber langsam schon wieder unvorsichtig. Ob wir hier je wieder rausfinden, das werden wir in der nächsten Folge sehen, Leute. Ich esse noch was. Ah, mam, 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 mam. Okay, bis zur nächsten Folge auf Wihö.